Hallo zusammen, mein Name ist Max und heute stelle ich euch die Cord Reihe von Hummel vor. Hier in der Mitte seht ihr den Cord Professional, zu meiner Linken seht ihr den Control und hier auf meiner rechten Seite den Classic. Das sind drei Modelle in drei unterschiedlichen Preiskategorien. Hier vor mir ist die teure Variante für 160 Euro, neben mir die etwas günstigere für 120 Euro und das Classic Modell bekommt ihr für 80 Euro. Normalerweise ist die Verpackung bei solchen Schuhen ja immer relativ irrelevant, aber Hummel hat das Besondere, was sie an ihrem Schuh haben, wie ihr hier seht, auf ihre Verpackung geschrieben. Deswegen lohnt es sich einmal mehr einen Blick darauf zu werfen. Das Besondere an diesem Schuh, und das haben alle drei gemeinsam, ist das Hummel für diese Kollektion, dem italienischen Sohlenhersteller Vibram zusammengearbeitet hat und wie ihr hier sehen könnt, ein einzigartiges Schuhprofil hergestellt haben. Es ist optimal, ich habe die Schuhe heute getestet, fühlt sich super an auf dem Handballfeld und dieser Grip ist echt empfehlenswert. Wie man sieht, ist das Schuh professionell verarbeitet. Ich bin ein großer Fan von weißen Handballschuhen, das heißt, dieser Schuh entspricht genau dem, was ich mir von einem Handballschuh erwarte. Man sieht überall auch, dass die Nähte sauber verarbeitet sind und dass es wirklich ein topmoderner Schuh ist. Als ich den Schuh heute getragen habe, hat er sich super am Fuß angefühlt. Ich habe eher schmale Füße, deswegen achte ich da sehr darauf, wie sich der Schuh am Fuß anfühlt. Von dem Schuh kann ich nur Positives berichten. An meinen schmalen Füßen hat er sich optimal angepasst und hatte auch optimalen Tragekomfort. Was man noch zu diesem Schuh sagen kann, ist, dass es ein Hardcourt Schuh ist, der für mich jetzt als Handballer super geeignet ist, der aber auch bei anderen Sportarten getragen werden kann, z.B. Tennis oder ähnlichen Hardcourt Sportarten. So, und nun ist meine Abschlussbewertung. Ich würde gerne hier in Zukunft die Schuh ranken von 0 bis 100. Dafür brauche ich jetzt Stift und Papier. Einmal bitte gerne. Und für diesen Schuh gebe ich die folgende Punktzahl. Von ganzen 100 Punkten bekommt dieser Schuh 88. Falls ihr der gleichen Meinung seid oder es anders sieht, gebt mir doch ein Feedback, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weitere Fragen an mich habt, stellt sie einfach. Folgt unserem Kanal und folgt uns natürlich auch auf den anderen Social Media Kanal.